Ja, herzlich willkommen liebe Busy Tutorials Leser. Hier ein kleines Testvideo vom Sony Xperia XZ. Wie ihr seht, die Bildstabilisierung läuft ganz gut, denn ich halte das Handy ganz normal in der Hand. Schärfe und Farbwiedergabe finde ich soweit in Ordnung. Ja, ich hoffe das konnte euch einen kleinen Eindruck davon verschaffen, ob das Telefon gute Videos dreht oder nicht. Das ist im Moment Full HD mit 60 Bildern pro Sekunde.